Einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben und herzlich willkommen zu News mit Snooze. Jeden Freitag wisst ihr Bescheid. Ich bin Snoozing Charizard, freue mich auf die News. Es sind richtig feine News, aber los geht's gleich nach dem Intro. Let's go! News mit Snooze, Leute wisst ihr Bescheid. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Heute eine richtig saftige Folge auf jeden Fall. Es sind so viele News. Letzte Woche war ich krank, da kam leider keine News mit Snooze. Dafür heute umso mehr und starten wir direkt auch rein. Zum heutigen Release von Triple Beat in Japan möchte ich euch nochmal die ganzen S.A.R., S.A. und Secret Rare Karten auf jeden Fall vorstellen. Ja, ultra fein wie ich finde das Ganze hier. Die drei Starter bekommen alle S.A. und S.A.R. Karten. Die ganze Zeit waren ja nur die S.A.R. Karten auf jeden Fall veröffentlicht. Hier nochmal alle Karten und muss sagen, Maskakado EX hier auf dem Baum gefällt mir. Richtig gut im Strand hinten dran. Auch hier Skellorock, Skellocrock, Entschuldigung, EX auch richtig fein. Aber man merkt schon, Pokémon konzentriert sich auf jeden Fall aufs Geschichten erzählen, sowie auch Drassler und Gardevoir in Scarlet EX und Violet EX. Und muss sagen, mir gefällt das richtig, richtig gut. Schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr diese Storytelling von Pokémon und Company findet. Und hier nochmal die weiteren A.R. Karten und auch S.R. Karten. Hey, man kommt so durcheinander. Ich zeige euch, wie es ist mit dem ganzen S.A., S.A.R., S.R. auf jeden Fall. Hier nochmal alle auf einen Blick. Ganz klar für mich die beiden als Favoriten Karpador und auch das Paldea Taurus. Finde ich ultra fein geworden. Erinnert mich direkt an König der Löwen mit der Herde. Hier auch passend zum König der Löwen. Auch noch, mir fällt das Name und der Name von Pokémon immer ein. Aber finde ich auch richtig hübsch. Tropius. Ja, hier Paldea. Blackmon. Ach, Paldea. Wie heißt es? Sagt es mir. Ich komme nicht mal drauf. Verdammt! Ja, aber auch ultra cool. Und auch die Full Art Karten. Hier Dedene in der Kristallform als EX. In der Full Art. Auch eine richtig süße Karte. Aber schreibt es mal gerne in den Kommentaren, ob ihr auch, wie ich, die beiden Karten ultra feiert. Ich hätte die auch sehr gerne in meiner Kollektion. Auf jeden Fall finde ich schon sehr, sehr fein beide geworden. Hier noch die restlichen Secret Rares und die ganzen Trainer, die enthalten sein werden. Klar, hier bezieht sich Triple Beat ganz klar auf die Starter und die Endentwicklungen. Hier drei Gold Karten. Die gleichen Artworks. Noch mal mit, ja, anderen Designs als Full Art. Finde ich auch schon ultra schick. Also mir gefällt das Set rundum sehr gut. Was man hier vielleicht noch erwähnen kann, ups, bezahlt keine teuren Preise für Carpador zum Beispiel. Das war jetzt schon vor Release. Sehr, sehr teuer. Wartet da einfach ein bisschen ab. Das sind normale SR-Karten. Die werden im Preis nicht ultra krass sein. Deswegen wartet einfach ein bisschen ab. Nach Release sinkt das Ganze. Hier noch mal zu den Trainern zurückzukommen. Befehl vom Boss bekommt jetzt eine eigene SR-Karte. Hier auch als SR-Full Art. Aber ich muss sagen, hier, ups, schon wieder, Schmutz, gefällt mir die Befehl vom Boss SR-Karte schon richtig gut. Könnte man auch vorstellen, dass es die teuerste Karte aus dem Set auf jeden Fall sein wird. Diesmal keine Waifu. Nicht wirklich. Aber hier Befehl vom Boss schon richtig tasty. So, ihr habt die Folie schon ein paar Mal gesehen. Jetzt starten wir auch wirklich hier. Ende des Monats erscheint am 24. März das Starter-Deck-Set von Pikachu, EX und Parmod. Pikachu hier mit einer eigenen EX-Karte. Ich muss sagen, finde ich schon sehr, sehr fein. Das Ganze wird in zwei verschiedenen Varianten in Japan erscheinen. Einmal nur das Deck an sich mit einem Coin und einmal mit einem richtig coolen, ähm, mit einem richtig coolen, äh, Kartendeck. Äh, wie heißt es hier? Ähm, helft mir. Ah, wie heißt es? Mit einer Deckbox, danke. Vielen Dank. Mit einer Deckbox. Äh, das Ganze ist in Plüsch. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt auf ein Turnier, packt diese Pikachu Plüsch-Deckbox aus. Also, das ist schon ein richtiger Hingucker. Finde ich schon richtig cool. Mal gucken, wie die Verfügbarkeit hier bei uns sein wird. Und wie sich der Preis auf jeden Fall verhält. Aber finde ich schon ein richtig cooles Produkt. Am 24. März erscheint das Ganze. Weiter geht's! Und, ähm, auch hier richtig feine News zu unserem Scarlet & Violet Set. Denn die Seltenheitssymbole sind veröffentlicht worden. Ähm, die Rares bekommen einen schwarzen Stern. EX-Karten, hier als Double Rare Holo benannt, bekommen zwei schwarze Sterne. Die Illustrator Rare Holo sind im Prinzip die japanischen SA-Karten. Bekommen ein goldener Stern ab. Die Special Illustrator Rare Holo, also ich sag euch ganz kurz noch, dazu ich finde es ultra verwirrend, dass die hier nochmal separate Namen für uns im Englischen und im Deutschen geben, wie einfach SA- und SAR-Karten. Also, ich finde, es hätte absolut ausgereicht, wenn wir auch diese Bezeichnung bekommen. Na gut, ist nicht so, aber unsere SAR-Karten, sprich die Special Illustrator Rare Holo, bekommen zwei goldene Sterne. Ultra Rare Holos, äh, hier die Trainer Full Art und auch Full Art Karten, da ist jetzt leider noch kein Bild dazu erschienen, bekommen zwei weiße Sterne. und Gold-Karten enthalten drei goldene Sterne. Also sprich, wie hier mit den zwei goldenen, ist noch ein dritter Stern dabei. Da gab es leider auch noch kein Foto. Ähm, ja, steht aber schon fest, dass die drei goldenen Sterne erhalten werden. Finde ich echt. Nicht schlecht, bis auf diese, ja, diese Bezeichnungen, die einfach hier bei uns anders sind, wie in Japan. Maximal verwirrend, maximal schwer auszusprechen. Perfekt. Äh, entschuldigt meinen Versprecher hier die ganze Zeit. Weil es geht, es wird nur ein paar Mal so gehen, auf jeden Fall. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ähm, und hier geht es auch direkt weiter mit unserem Scarlet & Violet Set. Denn die Designs der Reverse Holo Karten sind veröffentlicht worden. Finde ich auch sehr interessant. Und, ähm, ja, die ganzen, äh, die ganzen Reverse Holo Karten werden jetzt, ähm, Mosaikfarben. Also so ein Mosaik-Design bekommen. Und jeder Pokémon-Typ hat sein eigenes Mosaik-Design. Finde ich echt cool. Ganz cool geworden. Auf jeden Fall schöner wie jetzt aus Schwert und Schild. Muss sagen, hab eigentlich gehofft, wie Vintage-Karten in der EX-Ära damals, dass auch das Artwork eine Foil abbekommen wird. Aber, ähm, ja, hier ist es nur, ähm, dieses Mosaik-Design geworden. Schreibt es mir in die Kommentare auf jeden Fall, wie ihr diesen Reverse Holo Effekt findet. Und hier haben wir auch schon den neuen Aufbau der Booster. Denn bereits letztes Jahr hat Pokémon angekündigt, dass es eine Preiserhöhung geben wird. Durch die weltweite Inflation, ähm, werden die Pokémon-Booster teurer. Ich hab euch mal hier vier, äh, drei mögliche Booster aufgebaut. Ähm, fand ich sehr interessant. Ist Suchtfaktor auf jeden Fall da. Das hier wäre, ähm, ja, das Normale. Wir haben jetzt eine garantierte Holo in jedem Booster. Finde ich auch sehr spannend. Und drei, äh, zwei Reverse-Holos. Hier die drei Varianten, die wir bekommen werden. Sehr spannend. Es sind immer zwei Reverse. Hier eine Holo. Und auch, ähm, diese zwei Varianten. Sehr, sehr spannend. Denn die eine Reverse ist immer fest. Aber auf dem zweiten Reverse-Slot können die SA und SAR-Karten, ich sag's euch, wie es ist, das ist, äh, gar nicht so leicht auszusprechen hier. Aber, ähm, auf dem zweiten Reverse-Holos-Slot finden wir auf jeden Fall die SA und SAR-Karten. Und die ganzen SR-Karten werden sich auf dem Holo-Slot befinden. Hier, Variante drei, wäre so das Maximale, was du eigentlich aus dem Booster ziehen kannst. Die normale Reverse-SAR-Karte. Hier jetzt mit Gardevoir habe ich euch einfach mal aufgezeigt. Gardevoir EX. Und die Gold-Karte. Könnte aber auch eine Full Art sein. Aber das wäre schon so, das Maximale, was du aus dem Booster rausholen kannst. Finde ich auch sehr, sehr nice. Und, äh, hier nochmal kurz zur Reihenfolge vom Booster. Vier Cummins, drei Uncummen, zwei Reverse-Holos, sprich wie hier, und eine garantierte Holo in jedem Booster. Hier gibt's noch eine Neuerung. Ihr könnt euch schon mal vom vier Karten nach hinten verabschieden, denn die seltenen Karten sind nun ganz hinten. Finde ich irgendwie schade. Für mich geht da irgendwie so die Ära zu Ende, wo du vier Karten nimmst, packst du nach hinten, denn nun werden die seltenen Karten so oder so ganz hinten in einem Booster sein. Schreibt's mal, wie ihr das alles findet. Hier die Neuerung, ähm, Preiserhöhung, dafür eine garantierte Holo, etc. Also es sind echt wahnsinnige News. Es ändert schon sehr viel und irgendwie geht dann doch eine Ära zu Ende, wie ich finde. Ähm, genau, weiter geht's, denn wir haben den Namen unserer neuen Sets im Juni. Äh, das Ganze erscheint am 9.6. und wird Paldea Evolved heißen. Kurzer Funfact dazu, es ist das erste Set, ähm, wo die Name der Region, wo der Name der Region, auf jeden Fall drin ist. Hier, Paldea Evolved wird, ähm, ja, das erste Mal eines Sets ever im Namen sein. Finde ich ganz cooler Funfact dazu, auf jeden Fall. Ähm, ja, das Set besteht aus äh, Triple Beat, das heute erscheint, Clayburst und Snow Hazard, da ist jeweils der Release am 14. April. Also es sind echt ultra viele Releases, man kommt da gar nicht mehr hinterher gefühlt. Ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, dass so viel rauskommt, so viel Explosiv, bam, 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 du kannst eigentlich jeden Monat einen Haufen Geld da lassen für Pokémon. Also es geht da echt Schlag auf Schlag. Pre-Release des Ganzen, ähm, ja, unserem zweiten Set im Prinzip von Scarlet & Violet ist am 27. Mai und 4. Juni, also ist im Prinzip zwei Wochen wird Pre-Release gefeiert. Ähm, auch hier beim Bären auf jeden Fall. Also haltet euch die Termine schon mal bereit. Und, ähm, ja, jetzt zu einer richtigen saftigen News aus, der Pokémon Direct Live Stream letzte Woche. Und zwar bekommen wir ein neues Produkt mit dem Namen Pokémon Trading Card Game Classic. Das Ganze wird ein eigenes, äh, Spielformat sein. Also, ähm, ja, es ist net kompatibel mit dem aktuellen TCG. Zählt hat eigenes Spielformat. Äh, hier unten habt ihr nochmal, wie das Ganze geliefert wird. Ähm, wir bekommen alte Karten zurück. Hier, Basehead Karten. Der 2-Millionste Reprint auf jeden Fall gefühlt. Sagt, ja, bin mal eure Meinung auf jeden Fall gespannt, wie ihr das Ganze findet, dass wir hier wieder die Basehead Karten haben. Ähm, ich finde, sie sehen ganz schön aus. Also, das kann man auf jeden Fall schon sagen. Sie bekommen auch ein anderer, äh, die englischen Karten bekommen ein anderer Holofoil, wie bei Celebrations. Aber, ähm, ja, es sind halt wieder die gleichen Karten. Finde ich ein bisschen schade. das Ganze wird in drei verschiedenen Decks ähm, aufgebaut sein. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das Ganze aussehen wird, wie das Ganze geliefert wird. Der Preis ist ungefähr bei 35.000 Yen in Japan, sprich, es sind ungefähr 258 Dollar. Mal gucken, wie sich das Ganze bei uns auswirkt, auf jeden Fall. Und soll in drei Sprachen erhältlich sein. Ähm, ja, das Ganze kommt Ende Oktober in Japan und Ende des Jahres ähm, bei uns raus, beziehungsweise die englische Variante. Hier zeige ich euch nochmal die Decks. ich finde die Deckauswahl schon richtig cool, muss ich aber sagen, hier, ähm, mit den Vintage-Karten und für mich so ein bisschen die Highlights sind auf jeden Fall neue Karten und zwar Lubia EX, Ho EX und Suicune EX. Ähm, ja, hier habe ich euch nochmal so die vier Chase-Karten der jeweiligen Decks äh, draufgepackt. hier nochmal andere Produktbilder zu dem Ganzen. Das Ganze wird in einem kleinen Koffer angeliefert. Ihr könnt euch gerne nochmal dazu auf YouTube den, äh, Trailer angucken. Finde ich schon ganz cool gemacht. Da seht ihr auch nochmal die ganzen Produktbilder, die hier sind. da spielen so zwei, ja, zwei, äh, ein Mann und eine Dame, glaube ich, kämpfen gegeneinander und packen dann den Koffer da aus. Schon sehr cool gemacht, wie ich finde. Und hier mit den drei jeweiligen Decks nochmal da unten. Wird schon cool. Bin mal echt gespannt, wie das Ganze, wie, wie teuer das Ganze bei uns sein wird. So einmal für die Sammlung das Ganze zu haben, finde ich schon ganz schmackhaft. Aber, wie gesagt, ist halt eine Geldfrage. Könnte man so 300 Euro vorstellen. Ist schon ein saftiger Preis auf jeden Fall. Und hier nochmal eine kurze Übersicht für die ganzen bevorstehenden Sets, die erscheinen werden. Denn, äh, Pokémon hat sich neue Markennamen gesichert fürs Pokémon TCG und hat die eingereicht. Einmal Ruler of the Black Flame, Infinite Roar und Future Flash und Shiny Treasure. Ruler of the Black Flame soll am 28. Juli in Japan erscheinen. Und ihr seht es auch hier schon im Bild. Es wird eine dunkle Terraform-Typ von Klurak geben. Und das wird auch so das Aushängeschild des Ganzen sein. Könnte schon cool werden. auf jeden Fall Klurak in der Kristallform, Terraform. Dann Infinite Roar und Future Flash. Ähm, ja, wird ein Doppelset. Man geht davon aus, man weiß noch nichts genaues, aber man geht davon aus, dass sich hier alles um die Paradoxen Pokémon beziehen sollen. Sprich, ähm, hier Despotar in der Paradox-Form, Donphan, Brutalanda, Pummelov und so weiter und so fort. Ähm, je nach Release des Ganzen, also man weiß echt noch nicht, wann das Ganze erscheinen wird, aber Pokémon hat ja auch, ähm, in den Nintendo-Spielen neue DLCs für den Herbst angekündigt, wo auch die Paradoxen Pokémon im Vordergrund stehen werden und das Ganze könnte sich auf den DLC im Herbst beziehen. Genau, Shiny Treasure, ähm, klingt wie Japans jährliches High-Class-Set, also so wie jetzt hier Vista Universe, ähm, geht man davon aus, dass Shiny Treasure eben das High-Class-Pack-Set in Japan sein wird und es soll im November oder im Dezember erscheinen. Ja, hier spricht man Shiny Treasure, ist schon eigentlich im Namen inkludiert, ähm, vor knapp, wann war das? 2020, glaube ich, ist, ähm, hier, Shiny Star V erschienen, wo auch, wo sich das Ganze auch um Shiny Pokémon gehandelt hat, glänzende Pokémon und man geht auch davon aus, dass sich, ähm, ja, Shiny Treasure auf glänzende Pokémon beziehen wird. Also ihr seht, es geht schon direkt weiter bis Ende des Jahres eigentlich mit den ganzen Sets. Man muss einfach für sich entscheiden, möchte ich so viel in Pokémon investieren? und ich kann euch sagen, ich möchte so viel in Pokémon investieren. Also, äh, ja, äh, es war's schon für heute. Sprich, äh, es war schon, äh, sehr, sehr viel, was sich jetzt angestaut hat, dadurch, dass ich letzte Woche krank war. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von den ganzen News halt, was ist für euch euer Highlight und nächsten Freitag geht's weiter, wenn's wieder heißt News mit News over and out. Baselbeam 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 Baselbeam